Leute, ich bin Sarah Giesbauer. Heute muss das Video schnell gehen, denn morgen musste ich, ähm, ähm, morgen ist der letzte, also mein letzter Vierentag, dann hab ich wieder Schule. Und heute mach ich ne Real-Story wieder, Part 9, oder Part 8. Und ja, Leute, wir gehen nochmal. Ich wollte einfach ein Video mit meinen Bros sehen, ähm, einmal mit Duckling und Loll, Danny, ja, Danny und, und, und mit Killfreak. Leute, warten mal ganz kurz. Ja, und dann wurde ich mit ihnen dringend. Auf einmal kam so ne Mutter raus. Sie, sie, sie war besoffen. Und sie hat mir einfach, sie hat mir fast eine Flasche auf den Kopf gehauen. Und ich bin auch ausgewichen, dann ist sie ausgerutscht. Und ja, dann ins Krankenhaus gekommen heute. Und er hat das, was für diese kleine Julia, ähm, richtig gefallen hat, gegeben dann. Und das kam, das war das letzte Video. Heute kamen zwei Videos. Und dann sag ich ja auf einmal. Morgen kommen drei Videos. Bis zum nächsten Video. Peace.